Ihr habt einen Schlüssel verloren und wollt jetzt wissen, was zu tun ist oder ihr wollt genau dem Problem einen Schritt voraus sein, dass ihr also darauf vorbereitet seid, wenn ihr einen Schlüssel verliert, dann bleibt heute dran. Heute geht es um das Thema Schlüsselverlust und was kann ich vorher tun. Mein Name ist der Kurtus von Sicherheitstechnik Kurtus. Ich gebe euch immer wieder Tipps und Tricks im Bereich der Sicherheitstechnik. Ich stelle euch Produkte vor und heute wollen wir mal um das Thema Schlüsselverlust schicken. Ein Großteil in Deutschland wird so einen Schüssel haben. Ich nehme an, sogar in Europa, sogar auf der Welt. Weil die Mechanik ist immer noch allgegenwärtig und sagt auf alle Fälle ihre Daseinsberechtigung gegenüber der Elektronik auf jeden Fall noch. Nun ist es aber so, dass ein Problem der Mechanik ist, dass wenn man so einen Schüssel verliert, man rein theoretisch handeln muss. Das heißt, bleiben wir mal beim kleinen Einfamilienhäuschen. Ihr habt drei, vier Schlösser. Ihr kauft das neu und seid euch nicht sicher, ob ihr alle Schlüssel habt oder ihr habt es schon eine Weile und verliert jetzt ein Schlüssel. Die Kinder oder wer auch immer. Dann wird ja meistens immer nach der Theorie verfahren. Naja, mal sehen, vielleicht taucht der Schlüssel wieder auf. Und wenn doch nicht, naja, mache ich jetzt was oder mache ich jetzt nichts. Ob das nun genau irgendwo beschrieben ist, was ich euch jetzt erzähle, weiß ich nicht. Aber es ist der logische Menschenverstand, wenn von meinem Gebäude, egal ob privat, gewerblich ein Schlüssel weg ist, dann muss ich natürlich handeln, um die Sicherheit wieder herzustellen, damit es hinterher versicherungstechnisch keine Probleme gibt. Fakt ist eins, bei so einem kleinen Häuschen, wenn man alles gleichschließend hat, muss man alles austauschen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist leider auch der Nachteil einer Gleichschließung, das natürlich alles mit einmal betrifft. Auch bei einer Schließanlage können die Konsequenzen bei einem Schlüsselverlust unterschiedlich sein. Fakt ist eins, geht der Generalstil verloren, brauchen wir nicht lange lamentieren, ist die Schließanlage hin und der Eigentümer müsste handeln. Wir sind aber heute mal beim Thema Gleichschließung und da gibt es nämlich eine Funktion, die relativ wenig bekannt ist, die sogenannte Wechselcode-Option, auch WCO genannt. Wir haben sie schon ein, zwei Mal vorgestellt. Ich bin jetzt mal wieder gefragt worden und deswegen will ich sie euch mal vorstellen. Das heißt, was kann ich tun, dass ich auf einen Schlüsselverlust vorbereitet bin? Und das geht nur, das muss ich jetzt klar sagen, bei einer Gleichschließung mit gewissen Produkten. Dort kann ich bei uns im Online-Planer die sogenannte Wechselcode-Funktion aktivieren. Umcodierbare Zylinder sind jetzt in unserer Branche nicht Neues. Aber was der große Unterschied bei uns ist, man kann das auch wieder zurückstellen. Beispiel, machen wir mal so. Ihr habt Schlüsselsatz A und ihr habt Schlüsselsatz B. Zu jedem habt ihr sechs Stück, wenn ihr bei uns die Wechselcode-Option aktiviert habt. Das heißt, Schlüsselsatz A funktioniert im Zylinder, Schlüsselsatz B nicht. Den legt ihr euch in den Tresor. Jetzt lebt ihr mit eurem Schlüsselsatz A, wovon ihr fünf oder sechs Stück habt, ist auch völlig egal, die Anzahl ist jetzt nur ein Beispiel, lebt ihr friedlich dahin, bis Schlüssel A verloren geht. Dann ist der einfach weg. Dann geht ihr zum Tresor, holt Schlüsselsatz B raus, nehmt eure Zylinder aus den Türen raus, stellt die um von A auf B und lebt ab jetzt mit dem Schlüsselsatz B. Bedeutet, sollte doch jemand den Schlüssel entwendet haben oder ihn gefunden haben und wissen, wo er passt, wird dieser Schlüsselsatz nicht schließen. Bis dato erstmal nichts Spektakuläres. Ihr tut aber den Schlüsselsatz A nicht wegwerfen, sondern ihr tut euch einfach diesen einen Schlüssel neu ersetzen und legt den Schlüsselsatz A in kompletter Anzahl wieder in den Tresor. Es vergehen wieder einige Jahre und ihr verliert den Schlüsselsatz B. Der ist weg. Was macht ihr? Ihr nehmt aus dem Tresor euren vollständigen Schlüsselsatz A, nehmt eure Zylinder raus und stellt den von B auf A zurück. Und hier kommt jetzt der große Unterschied. Das können nämlich so gut wie keine Produkte das zurückstellen. Das heißt, ihr müsst auch nicht lange überlegen. Es kann ja genauso gut sein, ein Schlüsselverlust hat sich nach dem Winter nicht als Schlüsselverlust herausgestellt, weil der Schlüssel im Schnee lag und ihr habt ihn gefunden. Dann ist der Schlüsselsatz A eben wieder verwendbar. Selbst wenn das in einer gewissen Zeit passiert, können wir euch einen Schlüsselsatz C und D noch zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass nach einer gewissen Zeit plötzlich jemand kommt und sagt, haha, du hast auf Schlüsselsatz A zurückgestellt, jetzt komme ich in deine Bude rein. Und wem das halt tatsächlich aufgrund der geringen Zeit zu knapp ist, der fordert eben Schlüsselsatz C und D an. Das ist die sogenannte Wechselcode-Option, weil ich kann eben wechseln und nicht nur umcodieren. Und wie das Ganze erstellt wird, das zeige ich euch jetzt im Planer und dazu switche ich auf dem Bildschirm um. Ich sage an dem Punkt schon erstmal bis später oder besser gesagt jetzt schon mal Tschüssi und es geht mit dem Konfigurator weiter. Wir gehen auf www.schließanlage-kaufen.de. Den Link dafür findet ihr natürlich auch wie immer unterhalb des Videos. Und auf der Webseite angekommen von Sicherheitstechnik-Kortus gehen wir hier auf den Button jetzt Schließanlage konfigurieren. Wir wollen eine Gleichschließung konfigurieren. Die Schließanlage und die Gleichschließung sind zwar technisch unterschiedlich, aber ihr wisst, dass eine Gleichschließung auch eine Art von Schließanlage ist. So, was machen wir? Wir machen folgendes. Wir fangen wieder als allererstes mit unseren Türen an. Meinetwegen Tür 1, Tür 2, Tür 3. Das eine nennen wir mal Hauseingang. Das andere nennen wir Nebeneingang. Und das andere nennen wir zum Beispiel mal Garage. Nur als Beispiel für drei Türen. Wir wählen uns hier die entsprechenden Maße aus. Hier sei noch mal darauf hinzuweisen, dass bei der Wechselcode-Option wir derzeit nur Maße bis 100 mm Gesamtlänge machen können. Dann haben wir die Möglichkeit auf Sicherungskarte umzustellen. Das sollten wir auch tun. Ob wir einen Kerben- oder einen Wendeschlüssel haben wollen, das liegt ein bisschen bei euch. Der Kerbenschlüssel ist der engere geschnittenere Schlüssel, also auch der Flachschlüssel genannt. Die Zacken sind sägenartig angeführt und der Schlüssel ist in der bekannten Form. Durch den engeren Schlüsselkanal ist die Manipulation hier etwas schwieriger gegenüber dem Wendeschlüssel, der einen sehr breiten Kanal hat. Von der Sicherheit her nicht über dem steht. Das wird oftmals angenommen. Da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Da machen wir vielleicht noch mal ein extra Video dazu. Und es wird auch immer noch mal bei den jeweiligen E's die Funktion erklärt. Zu den Zylindern sei noch gesagt, wir können hier gewisse Optionen wählen. Also zum Beispiel an der Haustür möchte man Drehknauf, wir möchten Aufbohrschutz. Am Hintereingang möchte man das genauso. Und an der Garage möchte man das vielleicht nicht. Da möchte man nur eine Not- und Gefahrenfunktion, das wenn man von innen schüttelt, mal steckt, mal von außen schließen kann. Das könnt ihr an den Optionen festlegen. Auch hier wird noch mal kurz erklärt bei dem I, was bedeuten die einzelnen Abkürzungen bzw. Optionen. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt springen wir hier oben auf Gleichschließung. Wählen uns Schlüssel, sagen wir mal 6 aus und aktivieren die Wechselcode-Option. Wir haben jetzt hier den Schlüssel A, wir haben jetzt hier den Schlüssel B. Das System tut schon für euch ganz klar die beiden Schließungen gleich machen und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu speichern. E-Mail-Adresse, Name, Vorname, dann wird das Ganze gespeichert. Ihr bekommt dazu auch eine E-Mail. Und im zweiten Schritt könnt ihr das Ganze auch wieder aufrufen und natürlich verändern und auch wieder abspeichern. Jetzt machen wir weiter zur Systemauswahl, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns natürlich interessiert, der Preis. Das heißt, ich gehe mal drauf und ihr seht, wir haben im Wende-Schlüsselsystem drei verschiedene Systeme. Nochmal, wir bieten über 20 an, aber bei Wechselcode-Optionen ist die Auswahl deutlich limitiert. Das heißt, wir haben das GERA WS, WS mit Magnet und den Max. Das ist der größere Bruder und auch mit Magnet. Ihr seht also hier auch gleich die Preise dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, nö, ich will lieber einen KERBEN-Schlüssel, dann gehen wir zurück auf den Schließplan. Nichts leichter als das, stellen hier auf KERBEN-Schlüssel um und haben auch da wieder ein paar verschiedene Systeme. 3000, 3500 ist der größere Bruder mit Magnet. Das seht ihr auch hier in den Details. Und das Ganze geht hier noch weiter. Hier oben rechts seht ihr schon euren sogenannten Bestellcode. Das heißt, selbst wenn ihr eine Nachfrage zu dem System habt und ihr habt abgespeichert, können wir das Ganze unter dem Code auch sehen. Wenn ihr mal Systeme miteinander vergleichen wollt und sagt, na, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Dann macht das einfach und ihr werdet halt sofort sehen, ah, hier, es ist nicht nur der Preis, sondern es ist auch die Sicherheitsstufe. Und es ist natürlich in dem Fall hier geschuldet der Magnet-Codierung. So könnt ihr jetzt in dem Fall nochmal etwas schneller rausbekommen, wo das System unterschiedlich ist. Ja, und wenn ich mich dann für eins entscheide, dann bin ich auch schon am Punkt der Details. Ihr seht das hier oben, an welchem Punkt ihr euch gerade befindet. Und ihr habt jetzt nochmal die Preise einzeln aufgeführt und könnt die Bestellung abgeben. Bei einer Gleichschließung kriegt ihr natürlich automatisch, weil sich die für uns einfacher herstellen lässt, 20% Rabatt. Dann hätten wir alles und dann könnt ihr natürlich entscheiden, jawohl, ich mache das. Ich wandle das Ganze zur Bestellung, gebe dann die entsprechenden Kundendaten ein, die Adressdaten ein. Hier wird nochmal alles aufgeführt und die Bestellung kommt bei uns an. Da würden wir uns sehr freuen. An dem Punkt bin ich schon durch. Das soll es zum Thema Gleichschließung mit Wechselcode-Optionen sein, damit ihr eben auf den Fall des Schlüsselverlust vorbereitet seid. Und eben einfach auch am Sonntagabend sagen könnt, wenn ihr am Montag in Urlaub wollt, kein Problem. Ich nehme die Zünder raus, baue die fix um, kann passieren, was will. Selbst wenn der Schlüssel wieder auftaucht, ich habe ja noch den Schlittelsatz A und kann ja wieder zurückcodiert werden. Das soll es gewesen sein. Ich will es in die Länge ziehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.